Dunkler Fleck am Zahn oder Zahnverfärbungen. Das ist häufig eine Anfrage im Forum, aber auch per E-Mail, wo Patienten verunsichert sind, was denn nun Karies ist oder was denn eine normale Verfärbung ist. Ich habe hier so ein Potpourri von verschiedenen Flecken auf den Zähnen aufgehängt und wir werden das jetzt zusammen miteinander durchgehen und ich hoffe, am Ende können Sie dann ganz einfach Ihre eigenen Füllungen oder Flecken besser beurteilen. Beginnen möchte ich einmal hier mit diesem Bild. Hier sehen wir ein paar Zähne und wir haben hier tiefdunkle schwarze Flecken. Wir sehen hier keinen oder kaum einen entkreideten oder matten Bereich, also einen weißen Bereich, sondern der Zahnschmelz wirkt hier relativ homogen. Der dunkle Fleck hier im Inneren ebenfalls ziemlich homogen. Das ist klassisch Zahnstein, Fissurenzahnstein. Was ist Zahnstein? Zahnstein ist im Endeffekt verkalkte Plagg, das heißt Zahnbelag. Besteht ja aus Kohlehydraten, Proteinen, Bakterien. Und wenn diese Plagg dann abstirbt, wenn die Bakterien im Inneren absterben und durch Mineralien die ganze Plagg dann beginnt sich zu verhärten, dann bezeichnet man das als Zahnstein. Befindet sich das unterhalb des Zahnfleisches, nennt man es Konkrement, ist aber eigentlich das Gleiche. Unter solch einem Zahnstein kann sich nie eine Karies entwickeln, denn Karies ist eine bakteriologische Erkrankung und diese Bakterien brauchen Nährstoffe. Das hier, da drunter kommen keine Nährstoffe. Deswegen muss so Fissurenzahnstein auch nie entfernt werden. Aber Vorsicht, wir haben hier zum Beispiel ebenfalls Fissurenzahnstein und wenn man genau schaut, dann merkt man, dass der Schmelz hier verschiedene Farben hat. Hier ist er so grauer, hier ist er so matterweiß und das hier ist ein klassisches Anzeichen für eine Fissuren Karies. Eine ähnliche Situation haben wir hier. Wir haben hier dunkle Punkte, wir haben hier den Schmelz in verschiedenen Farben. Das heißt hier auch ein Hinweis, da könnte Fissurenkaries vorhanden sein. Hier auf diesem Bild, da sehen wir zwei Zähne, die nebeneinander, der eine hat hier Fissurenkaries, wie es scheint. Diese Läsion ist hier besonders auffällig. Das heißt, da ist der Schmelz durchgebrochen, von unten schimmert er andersfarbig durch. Hier, dieser Bereich, ist wahrscheinlich Karies frei. Wir haben hier unten das Ganze noch einmal. Wir haben hier eine kleine Fissur, die ist verfärbt und zudem ist das hier so matt, weißlich und von der Tiefe her schimmert es so ein bisschen dünkler durch. Das ist wahrscheinlich ebenfalls Karies. Sind die Zähne hingegen alle gleichmäßig und so in Linien verfärbt, zum Beispiel hier diese Zähne hier, das ist keine Karies, sondern das spricht auf eine Störung der Amelo oder Dentinogenese. Was ist das? Das ist die Bildung vom Schmelz und vom Dentin. Das ist ja eine zelluläre Leistung. Das heißt, während der Embryonalzeit wird der Schmelz durch spezielle Zellen gebildet, in so Linien gebildet. Und diese Zellen benötigen verschiedene, ich sage jetzt einmal Rohstoffe zum Einbau und sind diese Rohstoffzufuhr gestört, wenn man zum Beispiel Medikamente nimmt oder weil die Mutter schwere Erkrankungen durchmacht, dann kann das so zu einer Störung führen. Das hier ist klassisch bei Tetrazyklinen, das ist eine Antibiotika-Gruppe. Da kann das also auftreten. Andere Flecken auf den Zähnen. Wir sehen hier oder hier so weißliche Flecken. Treten die nur vereinzelt auf, zum Beispiel hier bei zwei Zähnen und hatte der Patient eine Zahnspangentherapie, dann können das Entkalkungen sein durch die Zahnspangen. Dort, wo die Bräcke waren, da bildet sich häufig, wenn man nicht so gut putzt, Bildet sich Belag, Plagg. Und dieser Belag, diese Plagg, führt dann zu einer Demineralisierung. Und wenn dann nicht diese Stelle adäquat versorgt wird, dann können sich so weiße Flecken, White Spots bilden. Treten diese Flecken an mehreren Zähnen auf, zum Beispiel hier in diesem Bild und noch dazu nicht spezifisch dort, wo die Bräcke waren, weil angenommen der Patient hätte eine Zahnspangentherapie und hier wäre das Bräcke, dann werden ja die Schneidekanten hier relativ gut gesäubert, schon alleine durch den Speisebrei. Wenn, dann treten diese Entkalkungen oder Entmineralisierungen dort auf, wo der Zahn unter sich geht, dort bildet sich dann die Plagg. Also das ist völlig untypisch, das spricht auch wieder für eine Schmelzbildungsstörung. Zu guter Letzt haben wir hier dann noch ein Bild, besser gesagt nicht zu guter Letzt, auch dieses Bild werden wir noch durchgehen. Hier bei diesem Bild, da sehen wir wieder ein Zahnstein in einer Fissur und wir merken, der Schmelz ist so von der Tiefe her so gräulich, nicht so schön weiß. Klar, das ist ebenfalls charakteristisch für eine Karies. Hier in dem Fall, das sind Ablagerungen durch Kaffee, durch Nikotin, das ist keine Karies, das sind so gleichmäßige, meistens am Zahnhals, oberflächliche Verfärbungen. An sich müssten die nicht entfernt werden, sie sind aber meistens ästhetisch störend und werden dann natürlich bei einer Mundhygiene vorsichtig entfernt. Wichtig ist, wenn man die bei einer Mundhygiene entfernt, dass die Zähne dann sehr gut poliert werden, mit immer feiner werdenden Polierpasten. Wenn man das nämlich nicht macht, dann bleibt die Oberfläche, die Zahnoberfläche rau und das Resultat ist, dass dann relativ schnell wieder sich solche Belege bilden. So und hier wieder ein Potpourri von verschiedenen Bildern und Sie können einmal den Ton ausschalten und versuchen selber einmal diese Flecken zu beurteilen. Ich gehe es jetzt einmal durch. Wir haben hier das erste Bild. Das ist schon eine fortgeschrittene Karies. Das heißt, wir haben ja diese entmineralisierten Kalkstellen gehabt, zum Beispiel nach einer Zahnspangentherapie, wenn man das dann nicht behandelt und oder der Patient nicht beginnt, besser zu putzen, in einer Phase, wo die Karies noch selber abheilen kann oder zum Stillstand kommt. Dann wird der Zahnschmelz völlig aufgelöst. Das hier ist Dendin, das Gelbe. Auch der ist schon sehr weich, wie man hier erkennt oder wie der Fachmann erkennt. Und der Zahn muss wahrscheinlich wurzelbehandelt werden. Hier wieder ein Zahn mit zum Beispiel hier ein ganz normales Zahnstein, so ein Grüppchen, so ein kleines. Hier ein Grüppchen. Und rundherum ist der Schmelz weißlich-gräulich verändert, hat also, spielt in verschiedenen Farben. Das hier ist eine klassische Karies-Läsion. Hier wieder klassische Nikotinflecken, nichts Aufregendes. Kaffee, Nikotin, schwarzer Tee oder manchmal auch Habits, das heißt zum Kauen am Bleistift minen, kann solche Verfärbungen, solche harmlosen Verfärbungen herrühren. Bei Kindern ist das meistens, weil sie zum Beispiel beim Spielen Erde kauen oder Steinchen in den Mund nehmen. Das wäre also bei Kindern. Hingegen hier unten, klassisch beim Raucher, paradontal schon ein bisschen zurückgegangen, das Zahnfleisch und eben diese dunklen Nikotinverfärbungen. Es gehört, wie Sie merken, auch so ein bisschen ein Gefühl dazu. Man wird wahrscheinlich beim Kind nicht von Nikotinflecken ausgehen und beim Erwachsenen nicht davon ausgehen, dass er Erde in den Mund nimmt. Hier wieder gleichmäßig über alle Zähne verteilt. Eine schöne Verfärbung. Das ist klassisch für Medikamente. Hier unten eine Mischung aus Zahnstein und Belegen, aber das ist keine Karies. Sollte durch eine Mundhygiene entfernt werden, weil man sieht hier, wenn man genau schaut, das Zahnfleisch, das ist so bläulich verfärbt um die Zähne. Das ist immer ein Anzeichen, dass das Zahnfleisch entzündet ist. Wenn das Zahnfleisch zartrosa ist, ist es nicht entzündet. Das heißt hier keine Karies, aber Zahnstein, was zu einer Zahnfleischentzündung führt und wenn man das nicht weiter behandelt, dann kann es in eine Parodontitis enden. Hier oben im Gegensatz ein dunkler Zahn, was ist das? Das ist eine schlechte Wurzelbehandlung und oder ein insuffizienter Verschluss von hinten der Wurzelbehandlung. Das heißt, wenn Bakterien das Zahninnere wieder besiedeln, da kann die Wurzelbehandlung sehr gut gewesen sein, der Patient hat das mit einer günstigen Füllung verschlossen und über die Jahre kam es dann wieder zu einer Besiedelung, dann führen diese Bakterien Abbauprodukte zu einer Verfärbung des Zahnes und was man dann auch noch merkt, dass hier die Wurzel in dem Bereich so gräulich durchschimmert. Also da ist der Zahn und die Wurzel komplett verfärbt. Die Therapie ist die Wurzelbehandlung einmal wiederholen, das heißt das ganze alte Material draus, ordentlich durchsäubern, homogen, dicht verschließen bis zur Wurzelspitze und dann in einem nächsten Arbeitsschritt zum Beispiel intern blitschen. Hier sehen wir einen Bereich, wo so ein kleiner grauer Belag hier durchschimmert. Das ist klassisch wie der Zahnstein. Würde das hier noch so weißlich entkalkt wirken, wäre das auch schon kariös. Das hier ist also einfach nur Zahnstein zum Stillstand gekommen und kann durch eine Mundhygiene entfernt werden. Hier unten noch einmal ein Bild. Ja, Sie haben es wahrscheinlich schon erraten, keine Karies, sondern Nikotinverfärbungen. Dann gibt es auch noch so seltene Fälle wie hier, das ist eine zu viel Fluoroide, das heißt, wäre auch so eine Schmelzbildungsstörung, wenn man den Kindern also zu viel des Guten gegeben hat, im Sinne gut. Heute weiß man, dass es systemisch, also über Tabletten überhaupt nichts bringt. Das nützt, wenn dann nur lokal etwas. Aber wenn man es übertrieben hat mit Fluoroid-Tabletten, dann kann das so eine Fluorose verursachen. Sie sehen also, es ist relativ einfach, ein Gefühl dafür zu bekommen, was solche Verfärbungen sind. Man muss es nur immer wieder sich ansehen und der Fachmann kann dann mit recht einfachen Mitteln, einerseits Blickdiagnose und dann vielleicht eventuell einem Röntgen zwischen Karies und Nicht-Karies unterscheiden. Sollten Sie einmal unsicher sein, was es sein könnte, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schicken oder ein Foto senden und wir helfen Ihnen gern bei der Beurteilung. In diesem Sinne alles Liebe.